Seien Sie herzlich willkommen liebe Fußballfans, mein Name ist Manni Broeckmann, neben mir begrüße ich Frank Buschmann. Dankeschön Manni, ich grüße Sie auch alle recht herzlich und freue mich auf dieses Fußballspiel und hoffentlich auf Spitzenfußball. Also manchmal ist ja eine Atmosphäre wie auf einer Beerdigung, aber heute sieht das anders aus, da macht es richtig Spaß dabei zu sein. Fußballatmosphäre pur, es kribbelt, wunderbar. Fußballatmosphäre pur, es kribbelt, wunderbar. Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Ganz sicher hat er das gemacht. Das schockt den Favoriten und das bringt die Kleinen ganz nach oben mit etwas Glück. Und ich glaube, diese Situation sorgt für ein irres Fußballspiel hier. Ja, da kann der Keeper nicht festhalten und wo fällt die Kugel hin? Genau, weil er die Füße gestürmt hat und er schiebt ein. Brillant gemacht. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Da haben sie sich zu früh gefreut, der Angriff ist schon wieder beendet. Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Das ist gefährlich. Also die Chance hat er verteilt. Iwicevic. Achtung. Jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder auf. Ja, wir kennen ihn noch. Er steht dort immer, wo er stehen muss. Und dann, Manni, diese Handlungsschnelligkeit, wie schnell das alles geht. Super. Jetzt ist er vorbei. Oh! Mit 90 Minuten ist die reguliere Spielzeit vorbei. Aber es geht weiter. Denn das Spiel, es steht unentschieden. Und dann ist er noch nicht. Wenn du nichts versuchen, das ist, das ist, was ich. Ich kann mich nicht so gut drauf. Ich bin nur am Runders. Aber es geht ja nicht. Ich kann mich nicht so gut drauf. So, ich bin nur am Runders. Ich bin nur am Runders. Untertitelung des ZDF, 2020